Ohaio! Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Diesmal auch ein Vorschlag, aber nicht von unserem Schildi, nein, sondern von einer neuen Vorschlagsperson und zwar Just a Fanperson. Glaube ich, falls ich das jetzt falsch gesagt habe. Unten in der Videobeschreibung ist es auf jeden Fall richtig eingetragen. Aber Dankeschön für den Vorschlag von diesem Video. Du siehst, ich reagiere drauf. Ähm, und ja, wir wechseln mal in die Live-Szene. Und zwar geht es heute um den schönsten Campingplatz der Welt. Also wenn ich das jetzt so sehe, mit dem Containerschiff im Hintergrund, das Schrottbank im Vordergrund, wo da liegt lauter Zeug, was da nicht hingehört. Ähm, und dann da hinten zu diesem kleinen Platz, dann düngt mir, das ist ein Sarkasmus. Im Übrigen, ähm, Just a Fanperson hat mir noch ein zweites Video vorgeschlagen gehabt. Das habe ich schon mal reaktet, deswegen, wenn du das gucken willst, reaktet so, guck bitte in die, ähm, in meine Videoliste. Also ich, wenn ich dran denke, dann tue ich das auch in der Endcard mit verlinken, damit du das dann auch dort finden kannst. Genau. Also da ein Dankeschön im Übrigen von mir an den Schildi, weil der Schildi hat mich darauf hingewiesen. Ich wäre, wäre es da auch aufgefallen wahrscheinlich, aber sicher ist sicher. Ist schön, wenn man, wenn man Leute hat im Hintergrund, die sowas mit, auch mit, äh, bekommen. Und entsprechend, ähm, dann auch das weitergeben, da danke ich immer ganz gern. Gut, so, wir schauen uns jetzt aber an, was es mit dem schönsten Campingplatz der Welt auf sich hat. Drei Wochen lang Campingurlaub. Eva und Armin Henkels genießen die schönste Zeit des Jahres. Dafür kommen sie jedes Jahr auf den Campingstellplatz am Fährhafen. Also, sie haben drei Wochen Campingurlaub geplant. Und die Dame des Hauses hat nichts Besseres zu tun, als Fifty Shades of Grey zu lesen. Ja, ja, ah, ja, ah, ja, ja, ja. Wüsste ich gern mal, was da abends im Campingwagen abgeht. Ist übrigens, ähm, wenn man es nicht zu ernst nimmt, ein sehr schönes Buch. Und ich finde die Verfilmungen auch nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Das Buch ist besser. Aber das ist meistens so, Bücher sind mehr besser. Aber, sowas zum Campingurlaub mit dem, das lässt tief blicken. In Cuxhaven. Hier haben sich die Rheinländer ein gemütliches Urlaubsparadies geschaffen. Ja, samt Dackel in Cuxhaven. Ähm, aber hatten wir es gerade eben nicht von Wilhelmshaven. Und da haben wir ein Fäkalien ins, äh, Merkel, äh, spült. Falls ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch das Video an, was davor hochgeladen worden ist. Dann kriegt ihr das mit. Das sind ja hier die Striche. Das ist ja im Grunde genommen die Parzelle, die für uns ist. Das ist nur eine Freifläche. Ja, ja. Deswegen ist halt so, äh, so eingeteilt. So. Moment, Moment, Mom, Moment. Also, wenn ich Campingurlaub machen möchte, nur mal so dahingenommen, ja. Ähm, sag dich doch, Kistenkarte, Bücher sind immer besser. Immer. Es gibt wenige Filme, wo die, äh, der Film besser als das Buch ist. Gibt's, ist aber sehr, sehr selten. So, weiter, äh, wieder zurück zum Thema. Also, ähm, wenn ich, wenn ich mir vornehmen würde, Campingurlaub zu machen, dann fahre ich in die Natur. Also, auf einen grünen Campingplatz, wo Wiese ist. Aber doch nicht dahin, wo unter der Steinstein ist. Oder sehe ich das falsch? Das sieht mir aus wie ein Parkplatz. Und nicht wie ein Campingplatz. Und bestimmt jetzt noch mehr, dass der Titel ein Sarkasmus ist. Ne? Also, Markisenbreite. Okay. Aber es scheint, scheint ein sehr gut besuchter, äh, Campingplatz zu sein, weil so viele Wohnmobile wieder stehen. Lustig wird's, wenn du mit einem Zelt dahin gehst, weil ich wüsste gern, wie sie das Zelt aufbauen wollen. Und haust dann mit einem Vorschlaghammer die Heringe in den Boden. Also, in den Stein. Oder nimmst du eine Bohrmaschine, einen Bohrhammer. Man fragt ja nur. Grau in Grau. Stein auf Stein. Boah. Auf der Mauer, auf der Lauer. Also, äh, ähm, Fanperson, ich muss sagen, das ist sarkastisch gemeint, definitiv. Das kann nicht ernst gemeint sein. Das ist Sarkasmus. Selten zeigt sich die Poesie eines Ortes so offensichtlich wie an diesem Fleckchen, Bikton. Ey, nein, nein, da ist nix Schönes dran, definitiv nicht. Hier ist es ein sehr schöner Platz. Hier ist der Rot. Es mag ruhig sein, aber doch nicht schön. Leute, was? Da haltet ihr an Geschmacksverirrung? Ja. Für mich ist es eigentlich der schönste Stellplatz überhaupt, den wir haben in Deutschland. Sie ist ein... Also, ich weiß jetzt eins, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir schauen uns gelegentlich, ich muss gucken, ob das funktioniert. Ich glaube aber, das darf man. Einige Campingplatz-Dokus an oder Vergleiche. Es gibt ja da dieses Mein-Lokal, Dein-Lokal. Das gibt es auch in der Spezialversion mit Campingplätzen. Das schauen wir uns zusammen an und das reakten wir. Und dann schauen wir uns mal wirklich schöne Plätze an. Aber nicht das da. Definitiv nicht. Ein ganz anderes Flair hier. Das ist kein Flair. Das ist... Hallo, das ist Parkplatz. Da kann ich mich auch auf der Autobahn auf den Rastplatz stellen. Da habe ich genauso viel von. Da habe ich sogar vielleicht noch mehr Natur als da. Das ist... Oh mein Gott. Nein, Mann. Wie, 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 wie... Ich sage jetzt nicht, was mir gerade auf der Zunge liegt, weil das könnte als Beleidigung angesehen werden. Dann könnte ich einen Strike kriegen. Das will ich nicht. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Weit weg von den Eindrücken wilder Naturlandschaften den grünen Alltag entfliehen. Genau, genau. Das könnte natürlich möglich sein, dass die alle auf dem Land wohnen und mal Stadtluft schnuppern wollen. Aber warum stellt ihr euch dann auf den Flairplatz? Haben Sie denn zu Hause einen Garten? Ja. Ganz groß. Moment, Sie haben zu Hause einen Garten und dann fahren Sie... Ja, ich muss mich heute zusammenreißen, sonst rutscht mir was raus, was nicht gut ist. Da hauen wir ab, weil wir da immer Rasen mähen müssen. Die schillernden Grautöne des weitläufigen Idylls locken jene anspruchsvollen Erholungssuchenden, die mit beiden Beinen fest auf dem Beton stehen. Weiß hier... Sie hauen ab, weil sie zu Hause Rasen mähen müssen. Andere Leute würden sich freuen, wenn sie einen Garten hätten, den sie bewirtschaften können und in dem sie Rasen mähen dürften. Aber Kleingärten in Deutschland sind teuer. Nicht der Kleingarten an sich. Ja, sondern die Hütten, die da draufstehen. Die kosten meist ein Unsummer an Ablöse. Und das ist für Leute, die es vielleicht wünschen würden, schwierig umzusetzen. Ich weiß, Kistenkater, wir gehören zur Letzteren, die sich gerne sowas leisten würden, aber noch nicht können. Betonung, ich darf noch nicht. Hier so schön sauer ist. Wir brauchen keine Schuhkruz, wenn wir reingehen. Der Hund ist immer sauber, wenn es regnet. Keine Mücke. Aber der stinkt dann auch wie Wutz, wenn er nass ist, weil es regnet. Maritimes Flair weht über die atemberaubende Steinküste an der Waterkant. Also ich sag mal so, du hast vielleicht einen schönen Ausblick. Du kannst tolle Schiffe beobachten für Leute, die sowas als Fotografie-Modell nutzen. Sehr, sehr schön. Aber sonst, ich weiß nicht. Also irgendwie, mir fehlt da was. Doch die Urlauber fesselt noch ganz anderes. Hafen gucken in Cuxhaven. Hier, wo kein Baum den Blick stört. Ist ja auch klar, es sind ja auch keine Bäume. Die können ja auch nicht stören. Aber wer, was? Obwohl, 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 obwohl. Ich wollte jetzt gerade sagen, was ist so schön an einem, ähm, an einem Hafen und das zu beobachten. Kann schon sehr interessant sein. Vor allen Dingen, wenn nicht nur Containerschiffe da lang kommen. Wobei selbst Containerschiffe ein gewisses Flair haben. Ich seh das ja hier, wir wohnen ja hier in der Nähe von der Staustufe. Und da werden dann auch Schiffe hoch und runter gelassen. Je nachdem. Also, weil der Main da unterschiedlich hoch ist. Und, ähm, es ist auch manchmal ganz interessant zu sehen, was die alles geladen haben könnten. Und so. Und da fahren manchmal auch Privatboote durch. Oder die Polizei. So, mit ihren Booten. Und so. Das ist ganz interessant. Ähm, stell ich mich vor. Aber, ich weiß nicht. Das kann man sich mal einen Tag angucken. Okay. Aber dauerhaft drei Wochen am Stück. Das wäre nicht meins. Aus dem Wohnmobil, wenn man drinnen sitzt, auch das schlechte Wetter, kann man die Aussicht genießen. Also, das kann ich auch auf dem Campingplatz, wo Grün drumherum ist. Und vielleicht einen See. Wie zum Beispiel an den Campingplätzen am Rhein. Da kann man das auch wunderbar machen. Und da sieht man auch Schiffe. Die fahren da sogar vorbei. In einer tollen Kulisse. Und da kann man sonst noch irgendwo. Auch Ulf Bechinger ist hergekommen, um die ganz dicken Schiffe zu sehen. Nein. Von hier auf der Seite nicht. Aber auf der anderen Seite. Die erste Reihe wäre natürlich immer irgendwie günstiger. Siehst du? Du bist zu spät gekommen. Du hast nicht die erste Reihe gekriegt. Und ich zweifle, dass du auch auf der anderen Seite irgendwas siehst. Richtig. Vor allem nach abends bei klarem Wetter. Richtig. Schöner. Freilich, nur die ersten 25 von 100 Wohnwagen haben eine freie Sicht auf die Pötte. Aber um die besten Plätze am Meer streiten, das muss hier wahrlich keiner. Wahrscheinlich sind die Dauer gemietet. Und deswegen streitet sich da keiner. Weil die ersten 25 behalten ihre Plätze bis zum Lebensende. Ja, es kann schon mal länger dauern. Also die Plätze werden vererbt, sage ich immer. Okay. Was? Habe ich nicht gesagt. Warten, warten, warten. Aber das bisschen warten. Schließlich ist Urlaubszeit. Wenn es geht, komme ich nächstes Jahr wieder. Äh, okay. Ich habe jetzt schon mehr als genug was dazu gesagt, wo ich Urlaub machen würde als Camper. Aber mit Sicherheit nicht da. Definitiv nicht. Einen Tag vielleicht ja, aber mehr nicht. Ja, an der Nordseeküste, am platten deutschen Strand, sind die Schiffe im Wasser und die Camper am Rand. Passt. Passt. Der Spur passt, ne? Ich wollte sagen, sie sind die Camper am Land. Aber das hat er ja gesagt gehabt. Also passte. Danke für den Vorschlag, JustFanPerson. Wunderbar. Ich hoffe, du hast noch weitere Vorschläge dieser Art. Würde mich freuen. Ich würde sie dann auf jeden Fall in meine Liste aufnehmen, wenn du welche hast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du weiterhin bei mir zuschaust. Und die Videos, Likes und so weiter. Also, ja, liken macht schön. Abonnieren macht schöner. Und Glocke aktivieren macht tot. Hey, das ist schon fast poetisch. Nein, das ist fast... Das ist blöde Schleichwerbung. Entschuldigung. So, okay. Also, aber es war eine schöne Folge. Und ich finde immer noch... Also, der Titel ist definitiv 1. Sarkasmus hoch 10. Das ist definitiv so. Und das bleibt auch so. Und deswegen kriegen sie trotzdem aber ein Like von mir. Ihr habt es jetzt gesehen. Und wenn ihr das bei den Kollegen von extra 3 machen wollt. Und in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Könnt ihr draufklicken und euch das Ganze auch nochmal so angucken. Aber wie gesagt, das Ganze nicht bei mir hier vergessen. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt. Ihr seht, es wird alles, was vorgeschlagen wird, wird auch reaktet. Oder was loswerden wollt. Unten damit in die Kommentare rein. Ähm, ja. Und, ähm... Wenn ihr was vorschlagt. Im Übrigen, dann werdet ihr auch im Video... In der Videobeschreibung zumindest spätestens... Ähm... Ja. Genannt. Wobei, seit Neuestem mache ich das ja auch. In der... Im Trump-Nail. Da steht dann auch drinne. Vorgeschlagen. Oder... Ad... Da, blo. Genau. Nur damit ihr bescheiden müsst. Also, es geht nicht unter, dass mir das jemand vorgeschlagen hat. So. Jetzt habe ich genug geredet. War eine schöne Folge. War ein schöner Stream. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss. Eure Josy. Eure Josy.